Liebe Lehrende, im letzten Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie in Ihrem Kurs eine Struktur anlegen. In diesem Video geht es nun darum, wie Sie innerhalb Ihrer Kursstruktur Inhalte einfügen. Moodle bietet eine sehr große Vielfalt an Bausteinen. Das beginnt bei ganz grundlegenden Funktionen wie einer Dateiablage und reicht bis hin zu deutlich komplexeren Modulen wie dem H5P-Plugin, mit dem sich interaktive Elemente in Videos einbinden lassen. In diesem Video stelle ich Ihnen vier Funktionen vor, mit denen Sie bereits ein recht umfangreiches, online-gestütztes Lehr-Lern-Setting erstellen können. Konkret geht es dabei um die Bereitstellung von Dateien, die Einbindung von Links bzw. Videos, die Erstellung von Aufgaben sowie die Eröffnung eines Forums für Diskussionen innerhalb der Lerngruppe. Um Inhalte hinzuzufügen, klicken Sie bei Moodle immer innerhalb des gewünschten Abschnittes auf das Feld Aktivität oder Material hinzufügen und wählen das gewünschte Modul aus. Mit Anklicken erscheint in der rechten Spalte eine kurze Information über die Funktion. Wenn Sie Ihrer Lerngruppe eine Datei, zum Beispiel ein Bild, zugänglich machen möchten, wählen Sie also die Option Datei. Geben Sie unter Name den Titel der Datei ein und fügen Sie, falls gewünscht, eine Beschreibung hinzu. Beachten Sie, dass die Beschreibung nur sichtbar ist, wenn Sie dieses Häkchen aktivieren. Ziehen Sie die Datei von Ihrem PC in dieses Feld. Alternativ öffnet sich mit Klick auf das Feld dieses Fenster, wo Sie den Speicherort Ihrer Datei über Datei hochladen auswählen können. Weitere Einstellungen können Sie vornehmen, indem Sie die folgenden Reiter öffnen. In der Regel genügt es aber direkt auf Speichern zu klicken. Damit werden die Standardeinstellungen übernommen. Nun möchten Sie vielleicht noch ein passendes Video einbinden, zum Beispiel dieses. Dazu klicken Sie erneut auf das Feld Aktivität oder Material hinzufügen und wählen nun Link URL aus. Geben Sie auch hier einen Namen ein. Kopieren Sie den Link des Videos und fügen Sie diesen in das Feld Externe URL ein. Wenn Sie möchten, dass das Video innerhalb Ihres Moodle-Kurses abgespielt wird, öffnen Sie nun noch den Reiter Darstellung und wählen hier die Option Einbetten. Klicken Sie abschließend wieder auf Speichern. Nachdem Sie nun Materialien bereitgestellt haben, können Sie auch eine Aufgabe für Ihre Lerngruppe stellen. Klicken Sie erneut auf Aktivität oder Material hinzufügen und wählen Sie das Modul Aufgabe aus. Auch hier geben Sie einen Titel ein und können optional Beschreibung und Dateien hinzufügen. Wenn Ihre Aufgabe so gestaltet ist, dass die Lernenden eine Datei hochladen müssen, empfiehlt es sich, die Lerngruppe an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass der Dateiname den Nachnamen der Lernenden enthalten sollte. Dies erleichtert Ihnen später die Zuordnung beim Herunterladen der Dateien. Falls Sie Abgabefristen einstellen möchten, öffnen Sie den Reiter Verfügbarkeit. Aktivieren Sie mit Sätzen des Häkchens die gewünschten Fristen. Mit Klick auf die Fragezeichen erfahren Sie mehr über die Bedeutung der jeweiligen Optionen. Ob Ihre Lerngruppe Dateien hochladen und oder Ihre Lösungen direkt in ein Textfeld eintragen soll, können Sie im Reiter Abgabetypen einstellen. Weitere Modifikationen können, wie bereits erwähnt, in weiteren Reitern vorgenommen werden, zum Beispiel die Art des Feedbacks. Mit den voreingestellten Varianten steht Ihnen bereits eine große Vielfalt an Rückmeldemöglichkeiten zur Verfügung. Klicken Sie auf Speichern, um die Aufgabe einzustellen. Neben dem Bereitstellen von Materialien oder Aufgaben ist es vielleicht auch sinnvoll, der Lerngruppe eine Möglichkeit zum Austausch untereinander zu geben. Klicken Sie hierzu erneut auf Aktivität oder Material hinzufügen und wählen Sie das Forum aus. Geben Sie dem Forum einen geeigneten Namen und passen Sie, sofern gewünscht, weitere Einstellungen in den Reitern an. Das Forum wird mit dem Button Speichern eröffnet. Mit den Modulen Datei, LinkURL, Aufgabe und Forum haben Sie vier grundlegende Funktionen des Schulmodels kennengelernt. Noch ein kleiner Tipp zur Gestaltung Ihres Kurses. Wählen Sie eine einfache und für die Lernenden nachvollziehbare Struktur. Diese können Sie jederzeit ändern, indem Sie zum Beispiel angelegte Module oder sogar ganze Themenblöcke verschieben. Klicken Sie dazu auf dieses Symbol und ziehen Sie das Thema oder Modul an die gewünschte Stelle. Wie Sie im Fenster Aktivität oder Material hinzufügen bereits gesehen haben, bietet Moodle noch viele weitere Module zur Ausgestaltung Ihres Kurses. Wenn Sie zum Beispiel ganze Lernpfade erstellen möchten, können Sie mit dem Modul Lektion Inhalte verknüpfen und sie für Ihre Lernenden individuell zugänglich machen. Mehrere Dateien lassen sich am besten mit der Funktion Verzeichnis organisieren. Außerdem können in Moodle Tests online erstellt und durchgeführt werden. Das eingangs bereits erwähnte H5P-Plugin zur interaktiven Gestaltung von Videos ist ebenfalls hier zu finden. Mit Klick auf Bearbeiten ausschalten können Sie Ihre eingestellten Materialien und Aktivitäten aus Sicht der Lernenden anschauen. Nun ist Ihr Kurs mit Inhalten gefüllt und bereit zur Nutzung. Sollten Sie den Kurs nicht nur für eine, sondern für mehrere Lerngruppen nutzen wollen, zum Beispiel eine Parallelklasse oder den Kurs im nächsten Schuljahr, können Sie die gesamte Struktur mit Inhalten kopieren und mehrfach nutzen. Wählen Sie dazu den Kurs, in dem die Inhalte kopiert werden sollen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Import und wählen Sie den zu kopierenden Kurs aus. Nutzen Sie gegebenenfalls die Suchfunktion. Sie können nun detaillierte Einstellungen für den Import treffen. Standardmäßig werden alle Themenblöcke, Materialien, Aktivitäten und Einstellungen übernommen. Auf der nächsten Seite können Sie auch einzelne Inhalte vom Import ausschließen. Prüfen Sie die Einstellungen und bestätigen Sie mit dem Button Import durchführen. Sie haben nun Ihren Kurs bzw. mehrere Kurse angelegt. Fehlt nur noch eines, nämlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wie Sie Ihre Lernenden in einen Kurs hinzufügen, erfahren Sie im nächsten Video. Bis gleich!